Diese drei starken Jungs spielen jetzt eine Runde nass. Ich muss die Kamera machen. Und jo, ich würde sagen, Jens fängt an, er ist der Jüngste. Jens, lächel mal in die Kamera. Jens, das ist eigentlich ein Trick vor. Wenn der andere nicht nachmachen kann, krieg ich dann N. Ganz einfach. So, los geht's. Ich filme schon. Ich fang an, ja? Ich fang an. Gut, dann leg du mal abwechselnd vor. Ich mach zuerst den Hitler. Okay, ich sehe schon, ich bin zu nah dran. Darf ich mich nochmal freuen? Müssen wir das nicht echt machen? Was? Müssen wir das nicht echt machen? Ja, haha. Ich will aber eigentlich trauen, dass ich es brauche. Niko oder Jens, der ist jetzt dran. Ich bin auch nicht trocken, Alter. Ich bin auch nicht trocken, Alter. Ich bin auch nicht trocken, Alter. Boah, Jens? Flüssig. Das war der Hitler. Ja, ja. Ich hatte da nicht richtig drauf, weil ich zu weit hinten war. Das sind nur zwei Minuten, da haben wir denn noch. Zwanzig. Ja, gut ist. So, Jens traut sich wieder nicht, dem ist das hier zu faszistisch. Los, Vickers, dein Ende. Nein, so geht er aber nicht, du. Jens, du machst das falsch. Falsisch? Ja. Da oben ist dein Mädels draußen. Alter. Alter, ich hab hier voll die Wartze am Finger. Das ist voll widerlich. Ja, ich sag's nicht. Mach jetzt mal hier. Schnell. Haben wir nicht gesehen, Robin war davor nochmal. Ja, der war gut. Der war super executed. Super executed. Wer legt jetzt vor? Also noch keiner hat ein N. Alle drei sind noch sehr gut im Rennen. Ich? Jo. Ja, genau. Los, wir müssen das in 20 Minuten schaffen. 25. So, jetzt mach ein. Jetzt müssen wir das Spezialvideo für 1.000 Abos Special oder so. Na? Ne, wir machen 750 Abos Special. 751. 1.000 Dauert zu lange. Was war das jetzt? 1.180 Torpedo. Ach so. 1. Ah. Wieso Torpedo? Also zum einen bin ich zu nah dran, zum anderen so weit weg irgendwie. Scheiß. Hm. Sah jetzt ein bisschen Gülle aus, aber wahr. Es ist kalt, oder? Ach du Scheiße. Kleiner war sogar der beste, glaube ich. Ich hatte nicht genug Rücklage. Ich bin zu knappzig reingetaucht. Gut. Du bist dran. Jens ist dran. Du bist dran. Das ist übelst kalt. Eigentlich müssen wir die Regeln mal übelst Schwenk machen, sonst kriegt eh keiner rechtzeitig das aus. Aber dann gibt es gut zwei Türen. Forelle! Der hat mal mit seiner scheiß Forelle, ey. Du musst ihn ja hier am Rand filmen. Das ist ja auch ne übelst gute Idee. Aber ich hoffe, ich fall nicht mit der Kamera. Du lebst dich ins Geländer. Ja, Forelle. Alter Schwenk. Ich mach die Forelle in Perfektion. Perfektion. Ja. Robin ist. Gut, Robin ist. Achso. Ja, wir müssen auch schnell anfangen mit richtigen Dingen. Anti Kerze. Der Handstand treibt. Naja. Das wird schon ein N oder? Wird das ein N? Kein N. Weil wir noch am Anfang sind. Na gut. Okay, was gibt es jetzt nicht? Ne, ich bin ja noch nicht dran. Ich bin ja noch nicht dran. Ja. Boah, Alter. Äh. Er hat dann Mama einen Seilfuß. Von mir aus, klar, alles. Aber nicht. Jetzt macht er den höchsten Seitwärts. Der war aber richtig schlecht. Ja. Ja. Darf schon Besseres sehen. Der hat doch echt am Arschwillig getragen. Wieso nicht? Solide. Robin aus dem Bild, bitte. Ist doch nicht schlimm. Bist du raus. Wieso erstmal rennen wir? Nein. Ey, Robin. Wird das ein N? Das war's N. Na klar ist das N. Na ja gut. N für Jens. Genau. N wie Jens. Ähm. Ist mir auch mal passiert. Also keine Schande. Warte euch. Hat grad völlig gut getrickt. Boah, der war aber nicht gut. Ach so. Boah, ist gut. Okay. Dann machen wir einen Sehband. Sehband. Äh. Ja, na ja. Ah, ich bin echt mit dem Rücken über Boden geschaut. Okay, Jens. Ich hab's mir noch nie gemacht. Das ist total unglaublich. Darfst du dich Jens die Nase zu halten? Darfst du dich Jens die Nase zu halten? Darfst du dich Jens die Nase zu halten? Ja. Oh, das ist voll krass. Einfach so und dann einfach fallen lassen und rechtzeitig hier schützen. Ja. Ich hab mal einen Seemann gemacht und hab mir voll die Beule geholt am Boden. Zwei Meter tief aber trotzdem. Nicht so lange ist es fein. Mach dich. Mach dich mal. Mach dich mal. Was kriegt der A-Fist nicht antippen, wenn er's nicht macht? Was? Kriegt er so einen? Mach. Hier. Mach. 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 Mach Dort. Mach den C weil's ja der Erster war. Bin ich schon wieder dran? Ja. Geil. Mörser. Ach Mörser der war doch cool, da geh ich noch ein bisschen näher hier nun becken. 3. Mörser. Oh, das war nicht gut. Der war perfekt. Ja bis. Warte mal, warte mal, warte mal. Ich muss erst mal die Tropfen von der Linse wischen. Du meinst war der? Ja. Deiner war auch geil hin. Mann. Das wird's, ah, auf jeden Fall. Das war das A. Hat ja voll was geholfen. Perfekt. Achso, der ist rein hier, gell? Wenn ich hier stehe, springt er weiter hinten wegen. Achso, ja. Ich bin nicht weit dran. Niklas? Nee. Du hast einen A. Das ist kalt. Nee, das geht irgendeiner. War der Torpedo schon? Torpedo schräg eintauchen und Füße. Sehr gut. Ja, war schön. Ey, die letzte Kraft ist hier am Versagen. Warte, warte, warte. Oh, du, Torpedo. Füße. So viel zum Thema. Nicht hier neben mir. Hä? Torpedo. Hallo. Also alle drei sehr schön mit Füßen. Muss ich sagen. Bin ich? Nee, Nicol. Niklas. Nicol. Nicol. Oh, diese Hübsche. Äh, Fresse. Was? Was? Ich habe andere noch. Ich habe noch ganz andere, wenn ich komme. Äh, ich habe noch eine Stau. Ich habe noch eine Stau. Ich habe noch ein Ball. Okay, also eine Anspunktwechsel. Sehr solide, sehr solide. Komm es mal aus. Selbst wenn du Scheiße baust, ist es auch nicht schlimm, weil die Fensterster lustig finden. Jens, mach mal. Er hat sein erstes Jens. Krass das. Hier, der nächste, der ist simpel. Leute, der Stein. Der Stein ist ja mal übelst einfach. Kann ja jeder. Damit Jens auch mal wieder ein. Einfach Stein. Eigentlich Kopf auf die Brust, aber Stein. Genau, Stein und Stein. Sehr schön. Oh, der Rock ist kopfkündig. Jetzt die Nase gestoßen. Weiter geht's. Slippery Pull Jump Fail 2. So, übrigens hier, der Drehrad. Alle bei dir. Wie bist du, Orgasmus hier drüben? Ich fühle nur weh. Er tut sich weh. Hast du... Hä, was wollt ihr denn machen? Das war sogar richtig, verdammt. Was wolltest du machen? Ich bin auch so. Du musst es machen. Hä? Au! Au! Abgeschrammelt. Ja, kriegst du ja noch ein Ess, du Assi. Nein. Nein. Was machst du denn da? Es soll nur so ein Körper mit Vorherzeit zu sein. Ach, gekochtes Ei. Na, ein Ei war es ja nicht. Nee. Ey, Jens, mach doch mal das Ei. Komm, mach einfach mal richtig. Ich weiß nicht genau, was du... Also, mach doch mal ein Ei. Also, ein Ei wusstest du sozusagen machen. Boah, ist ja so. So bist du Ei getraut. Also, machst du doch mal Ei, oder? Nee, sonst bin ich noch nicht. Nee, ich. So, stimmt. Genau, so muss es aussehen. Oh, das war perfekt ausgesprochen. So muss es wirklich aussehen. Ich mach den jetzt bestimmt scheiße. Ja, Robin überdreht sich immer ein bisschen. Ja, weil den mach ich echt immer nicht wünschen. Ja, der überdreht sich immer ein bisschen. Aber es ist mein Lieblingstrick, das Ei mag ich. Ja, scheiße, aber auf jeden Fall, scheiße. Ja, Robin, also... Ja, gut end. Nicht grundsolide, aber auch schön. Ich überdrehe mich jedes Mal. Ich hab den Vorwärtsseite so im Kassenzimmer. Ja, ja, ja. Trägst du auf. Das ist übrigens Nico. Aber den hast du vorgelegt. Ja. Du hast doch deinen, den vor Kacktus ist nur vorgelegt. Der kriegst du nicht nur auf. Ey, verschärfte Regeln. Echt? Larsen, komm. Zu zweit ist es öde. Nee, mach noch mit. Mach noch mit, wenn du siehst. Dann mach dir dein Ei, wenn du es gut spielst. Das ist ja nicht besser gesehen. Einfach zusammenziehen. Wir nennen ihn Jack. Das ist cool. Du bist doch verrückt, Alter. Na ja, na ja, na ja, na ja. Scheiße. Scheiße. Seven Frenchies. Ah ja, der hat... Ach du Scheiße. Da hab ich sogar mal ein Verschwierigkeiten. Ja. Das war aber 720. Der war schräg, aber es war 720. 720 Bauchklatscher. Du fahrt hier? Ach, geht Ding. Ja. Das war aber Arschklatscher. Ja, Arsch, sausch im Bauch. Na los? Nee. Ja. Der war nicht doll. Der war nicht genug. Der war zu wenig. War zu wenig. Es gibt noch zu viel. Was ist hier, war die Wüste? Du kannst jeden Trick und Ecken machen. Das ist eine Katze. Ja. Katze. Was war? Der ist nicht was seitwärts, Salto. Na ja, aber hat irgendwie auch was, gell? Die wollte eigentlich gar nicht machen. Der wurde überhaupt nicht geplant. Aber ich dachte mir dann, okay. Okay. Hier ist wieder Nixen. Du bist. Du hast noch gar nichts, gell? Ja, obwohl. Okay. Jetzt fahren wir die schweren Schütze auf. Hei. Jetzt geht's los. Ich mach' jetzt mal noch ein bisschen Bim Bam. Wie soll ich das in der Zeit schaffen? Es waren drei Knatscher. Doch. Ja, aber ich weiß auch. Fast Brett im Abgang. Ja, der war bei dir. Der war gut. Jo, na guckt halt, dass er bis hinter der gelben Linie so ungefähr bleibt, diesen Punkt da. Ja, gut. Bis dran. Ja. Ja. Nee, der war nicht. Das war wieder seitwärts. Ich hab ja Zeit getroffen. Ach so. Das war aber wieder seitwärts. Okay. Ich gebe Ihnen seinen ersten Buchstaben. Ah ja. Hä? Hä? Muss ich die genauso machen? Ja. So schlecht war der nicht? Das war ein Auerbach-Panzer. Es war kein verkackter Auerbach. Es war Auerbach-Panzer. Ich bin fast weggerutscht hier. Ja, ja. Das war ein bisschen. Ja. Das war... Was war das? Auerbach-Ei? Nee, was? Ja, der war toll. Ah nee. Fuck. Ich hab mir das Knie ins Auge gehauen. Ah! Ah! Okay, dein End, ja? Ah! Ah! Das war ein bisschen dein End, oder? Ja. Nimm es mit Würde. Ich hab's auch gut. Ah, nee. Ah, nee. Du bist... Ich hab's doch zusammenbrennen, doch. Nee, nee. Nacheinander los. Geh mir mal nicht auf den Sack hier. Nicole liegt vor. Oh, open, open, dings gab's noch. Open, ist schon. Pop, schaffe, schere. So, zweiter Teil, Nostara-Spring. Ja, genau den weiß ich. So, können wir das jetzt mal... Könnt ihr das, wie gesagt, bisschen weiter hinten, wegen Spritzen? Ja. Ich kann auch weggehen, aber weißt du wie. Das war falsch. Das war falsch, ja. Oh, Robin kriegt ein A. Robin kriegt ein A. Ein A. Warum? Oh, bin da falsch. Guck's dir ein Video an. War da falsch? Guck's dir ein Video an. Ich bin mit dem A zuerst, nicht mit dem Bein zuerst. Toll. Da hab ich doch jetzt nicht drauf geachtet. Das ist das Problem. Also kriegt ein A wie nicht drauf achten. Ja, ja. Ich würde sagen, ich weiß. Da begleicht jetzt den Buchstaben rein. Ja. Sehr gut. Also, fick dich. Robin kriegt ein S. Nein. Du bist so dumm. Du bist so dumm. Wah. Wah. Sehr geschmeidig. Ja. 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 Nein, der war nicht. Wah. Er sagt auch, der war nicht. Daumen hoch für diesen kleinen Jungen. Ja, ich hab genau hingekommen. Du bist du. Haha. Du bist da. Ja, er hat genau hingekommen. Sehr gut. Ich hoch. Machst du den Hosen dann nach? Ja. 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 Ich hab ein Freund, der ist schon von 5 Jahren eine gute Rolle gemacht. Warum filmen wir? Häftig. So. Ich film jetzt den kleinen Jungen, bis sich Nico entschieden hat. Schätze, komm. Jawoll! Das war deine Katze. Nee, Katze mit reindreschen. Ja. Das ist deine Gülle. Ich bin dran. Nee, jetzt kriegst du endlich dein A. Ich hab nicht mal ein N. Doch, ein N hast du. Und was denn? Ah, von diesem Auerbach? War das ein N? Dein Auerbach? War das ein N? Ja. War das was, glaube ich, gesagt? Ja. Ja. Dann behalten wir uns. Vielleicht. Ich bin nur ein fairer Juror. Halt sie's. Nee. Oh, das war echt knapp. Der war knapp. Den würd ich glaube ich nicht machen. Nee, der war auch nicht. Der war nicht. Auch nicht schlecht, aber war was anderes. Und du bist dran. Gleich starten mit N zu A. N zu dem A. Niko zu dem Robin. Was macht der da? Warte mal, kannst du das filmen? Das Godzilla hier, der rumafft. Oh, du Assi! War ja nicht mal wirklich. Oder war das gewollt? War das gewollt? Wie tief ist das Wasser? Fischer, wie tief ist das Wasser? Zwei Meter. Das ist doch so dünne Haut. Ich würde den Bauern springen. Weiterhelfen. Gut! Das war nicht... Das war der Kopfsprung. Das war der Kopfsprung. Aber nicht. War der Bauchklatscher? War der Bauchklatscher? War der Bauchklatscher, gell? War der Bauchklatscher, gell? So, der Klin hat entschieden. Du kriegst kein A. Er kann ein S. Sehr gut! Ich bin nicht betracht. Ich finde erst heute... Ist das irgendwie ein kleiner Bruder oder so? Sag zu mir, finde ich nicht gut. Ich bin verboten. He, pass auf. Ich wusste dir am besten von seiner Passantie an. Ich muss den linken Arm machen. Na so! 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 So ein beschissener Wrestling-Roll. Na? Das hast du bestimmt schon mal gesehen. Wie noch mal? Zeig noch mal. Also nicht den Bossausen auf. Einfach so. Hier rein, schön auf die Seite, was wir sehen. Das zieht auch nicht. Naja. Gut, oder? Also, ich würde schon sagen, ein bisschen Essig war das schon. War das ein S? Müssen wir jetzt aufsprechen. Ich weiß es nicht, Mann. Der war ja auf die Seite, das ist die Hauptsache. Ja, nee, kein S. War kein S. Du bist dran. Ist gut, oder? Kannst du da mal stehen? Stehen? Ich bin zu klein, um zu stehen. Ja, da sah man nicht. Also... Ist auch eigentlich so einer. Zwei Meter. Robin, ich... Ich glaube, der war nicht, Robin. Der war nicht. Meiner war nicht. Nein, er hat so einen Rumpf gemacht. Na. Okay, Robin. Nase. Dafür, wer jetzt auf sein ist. Hä? Das! Das ist mies. Woh! Hahahaha! Gnädig, Alter! Woh, das geht! Woh, das geht! Und die Wicklung! Finster, Alter! Alter! Wie wird das schon diese Katte hier rumgewogen... Nee, da war... Ey, der war nicht. Ich bin alleine so aufgespürt. Und ich mit beiden beiden. SS! Nix SS, der krieg... Ey, Niko, siehst du ein, dass du ein S bekommst? Ja, so gut. Ey, bist du dahinter? Ey, wir müssen... Wenn meiner davor nicht war, dann war der erst recht nicht. Ich hab mir schon wieder ein paar Sandgelenke gebrochen. Wir müssen alle zufrieden sein. Ja, ja. Ja, mach das erstmal nach. Ich bist dran. Mach dir doch mal den, mach dir eh nicht. Kann ich ja nicht mehr machen. Torpedo könnte man doch nicht. Alter. Ja, das ist ja so viel zufrieden. Dauerteil muss überspielt werden. Mal gucken, ich hab das klar. Was ist das? Mit was würdest du das definierend gesagt werden? Mit Kartoffeln nicht mit dem Kopf zuerst, sondern mit der Seite zuerst. Ach so, ja. Ja. Ja, aber... Wie dein Wrestling-Move nur zusammengezogen. Ach so, naja gut, das war ja schon fast zu viel gedreht im Prinzip. Ich weiß nicht wie meine aussah. Ja, deine, du warst direkt auf der Seite. Ja, lass mal nochmal gelten. Ja, lass mal nochmal gelten. Es ist übrigens gerade Finale, gell? Also, jetzt geht's um Let's S. Okay, ich bin dran. Aber wir werden jetzt ins Wasser. So, jetzt machen wir einen schönen 360. 360. 360. 360, 360. Okay. Okay. 360, fuck hier. Ich renne ihn einfach mal so. Das war nicht mal 360, Alter. Ich auch mal. Das waren keine 360. Hä? Das waren keine 360. Doch, das war für sich. Nee. Ich bin doch so eingelaufen. Hä? So hast... Ich hab den so empfunden, dass du den so gemacht hast. Okay. Dann machen wir beide nicht ganz 360. Oh, scheiße. Doch, eigentlich mal. Yeah. Ich meine, im Endeffekt kann ich Unrecht haben. Okay, ich bin scheiße. So, jetzt hau ihn raus, komm. Mach deinen Special-Move. Mach deinen Special-Move. Ist deine Special-Leistin schon gefühlt? Die blinkt schon, Alter. Sie rastet aus. War nicht zu wissen. 180 Bauchklatscher. Alter. Geil. Mach mal. Mach mal. Mach mal. Den verkackst. Ja. Verschärpten Regeln. Das ist die seltene. Nee, aber das ist echt ein bisschen tricky. Ja. Das ist wie 180 Köpper. Das ist einfach nicht drin. Kleiner Junge. Äh... Wir haben nicht mehr viel Zeit. Zwei Minuten. Hinne. Zwei Minuten. Das darf nicht mit einem Unentschieden. Hatten Sie den schon? Nein. Also so beide Beine sind. Ja, ich weiß noch, ob du weißt. Ja, warte mal. Beine Beine sind auf eine Seite. Eine Minute flink jetzt. Eine Minute! Ich mach's genau wie er. Ja, ich mach's genau wie immer. Eeeh... Peter war doch gut. Er hat nicht... Er hat nicht üh gesagt. Jetzt mach hinne. Eigentlich dein S jetzt. Genau. Sehen wir in einem Unentschieden. Ihr schnell, bevor es den Unentschieden endet. Schnell Robin. Geil machst du nicht. Toll. Schnell! Du Bock kam, oder? Mach mal kurz aus. Mach mal kurz aus. So, legt vor. Wir sind im Finale. Es geht um das Letzte. Es wird's abgetradet. Haben wir jetzt neue Karte drin und so. Und... Peter ist jetzt so. Ja, du Schei! Ich lauf kein Euro bei mir. Ich lauf kein Euro. Außer du kommst hier kippen. Robin, der Pädagoge. Heute wieder ganz neu. Robin, du warst überdreht. Hat er gemacht? Ja. Schnell. Komm. Die Fans langweilen sich. Ja, wir sind nicht Mediakraft suboptimal. Ja, wir sind suboptimal. Wir haben zu viel downtime. Das kriege ich jetzt in 1 Euro. Nein, außer wenn du Jump Cuts in unsere Videos machst. Ja. Ja? Machst du Jump Cuts rein? Nein, das ist 2D für mich. Ja. Okay. Too deep, Junge. Der kommt ja für dich klar. Ach, ich bin dran. Wir holen dich auch nicht raus. Jump Cuts. Komm, mach einen Jump Cut. Der Gewinner zahlt dem Junge in Euro, gell? Wir haben Punkte. Ja. Es war zwar eher weniger Kümmer, aber wir auch. Und wie findest du das? Ja. Was? Ist das unterhaltsam? Findest du das toll, was die Jungs machen? Auf jeden Fall habt ihr heute viele neue Tricks gelernt. Ja. Ja, schön. Bounce zu dem Beat. Mach mal mit. Bounce zu dem Beat. Mach mal mit. Bounce zu dem Beat. Bounce zu dem Beat. Bounce zu dem Beat. Bounce zu dem Beat. Möster Rafo. Kinderfreundlich. Aua! Ach, klar. Ja, es geht, ich kann es an. Er findet mich auch bestens. War das jetzt wohl eigentlich Wachklack? Na ja. Das ist hart heute echt die Aua. Aua, sei es. Do it! Yes! Na ja! Na ja, nee, oder? Der war schon schief, aber wir machen mal weiter. Wir brauchen Unterhaltung um jeden Preis. Das war das Thumbnail. Ach scheiße, ich bin dran. Zeig mal, zeig mal deine Tiddies. Na gut. 360 Torpedo? 360 Rückenklatscher. Ja, hab ich auch so erkannt. Die Zeit wird schwer. Ja, der war solide. Der war top. Füße waren sogar. Füße, Alter. Na ja, gut. Oder hast du unter Wasser gepaddelt, dass die Füße hochkommen? Ich hab unter Wasser probiert, meine Füße nach oben zu strecken. Ja, das ist egal. Das tut mir schwer, wenn du siehst, hier ordentlich einzutrauchen. Ich glaub, Nico liegt leicht vorne. Bitte schön, in einem Rollenbohr. Nö. Nö. Nein. Ich glaub, der Kleine weiß, wie man Business macht. Kannst du ein Auto kaufen? Die noch schon Geld? Ne. 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 Nö. Und jemand sagt, Instagram ist gar nicht. Okay. Nö. 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 Das war ein 180 Anti Kerze. Ja. 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 Ja, 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 ja. Nö. 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 Also, Robin. War schon aus mir. Was? Hm. Es wär ja fast auch aus der Augehöhle geploppt, ey. Wär auch ein lustiges Video. Was? Alter, was soll denn das? Wie willst du das Special-Video? Fast so eine eben schon lange wie ein Lusterraffen. Alter. Ich bin ja nie an. Ich weiß es nicht. Wo kommt der eigentlich her? Der guckt dir zu. Er hat auch Spaß hier im Bad. Mit den Großen. Möööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Okay, ich versuche einen von 87-Ansparen, die kickt wird nicht weiter. Bitte? Das war kein... Du bist so ins Wasser gekommen! Ja, ich hab's gewählt. Also bin ich. Ah, shit. So muss das sein. Halt schon Bauchklatscher. Marvin hat mal bei... Nicht reden! Marvin hat mal! So, wurden die Fans wieder unterhalten. Was? Suchst du grad auf den Arsch ran? Welchen Arsch? Keine Ahnung. So. Ey, das Finale geht schon 6 Minuten, Alter. Ja, Alter. Wer war jetzt nicht der definierbar? Das war nix. Kleiner Junge, kleiner Junge, kleiner Junge, kleiner Junge, kleiner Junge. Hehehe. Weißt du, wo das genau zu reden ist? Oh, ich hab'n schön. Hier hinde ich fest. Nee! Das wird doch mein Sieg! Na ja, ich würd's am trockenen Rand machen. Hä? Ich würd's am trockenen Rand machen. Am trockenen Rand. Doch, doch, war... Meiner war schöner. Ja, schöner schon. Na und? Sieben Minuten Finale, ey. Es ist so hart. Wie sie's beide einfach wollen. Ach, ich bin ja, gell. Was kriegt der Gewinner? Der muss den Kleinen einen Euro geben. Das war schon ausgemacht. Den Kleinen gibt einen Euro? No. Der Gewinner vor allem. Na, hat er doch gesagt, der Kleine. Ist alles gar nicht so einfach mehr. Was war die Mission? Die Free-60-Arschbombe. Die Free-60-Arschbombe. Doch, war... Sehr schön. War... War gut. Du musst halt den spannenden Moderator geben, um das aufrechtzuerhalten. Achso. Oh, Robin, er ist sehr nah am Ziel. Und Nico ist genauso nah am Ziel. Und Robin ist auch sehr nah am Ziel. Oh, wir machen eine Song-Parodie-Official-Video-Parodie. Ich esse gern Gemüse, Müse, 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 Müse. Und ich mag kein Fleisch, 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 Fleisch. Ich freu mich schon nach zuhause, was zu essen. Jau. Ich hab heute noch durchgegessen, oder? Schon. Ich hab ja morgen gekocht. Das war nichts, oder? War das jetzt ein Free-60-Mörser, oder? Was waren das? Das waren 1.80-Scherer-Hitler, oder? Ja. Ja, das sollte jetzt ein Free-60-Open-Board-Hitler, oder? Free-60-Open-Board-Hitler, oder was? Ja. Das war ein 1.80-Hitler-Brett. Ja, genau. 1.80-Hitler-Brett. Da war der Hitler-Arm nicht, oder? Wo war der Hitler-Arm? Der war dann am Ende oben. Nee, nee, nee. Ich hab's gesehen. Der Hitler-Arm, der war weg. Hä? Ja. Bist du bescheuert? Ja, du bescheuest, nämlich. Wir haben's auf Video. Beim Eintauchen zählt's ja wohl. Ich hab's so gemacht, und dann hab ich so kurz Schwung geholt, und dann war er wieder oben. Es war ein einwandfrei, Hitler-Brett. Ich hab's, die Fans ist alles pressen. Wir sind mittlerweile schon bei 10 Minuten Filiale, fast. Wenn die lange Weile haben. Guckt ihr das nebenbei bei Minecraft-Zocken? Wenn die lange Weile halten, schreibt's in die Kommentare. Schreibt's runter in die Kommentare. Aber übrigens, hier könnt ihr abonnieren. Daumen hoch, hier ganz drüben, glaub ich. Nee, hier. Nee, hier sieht ihr auf jeden Fall, wie viele es sind. Und so heißt das Video. Und jetzt ist die Unterhaltungspause. Ja, scheiße, ich hätt's nicht gemacht. Mal gucken, ob ich das kannst. Oh, nö. Hat er vor? Hat er vor? Ich weiß, was er vor hat. Ich wusste es. Aber das kann ich nicht. Okay. Vielleicht gewinnt Robin jetzt. Durch und nicht loslassen. Oh, oh, oh. Das könnte ein S sein. Also, ich hab's gespürt. Ich bin gnädig, und gebe ihm noch eine zweite Chance. Zweite Chance hast du. Okay, jetzt wird's echt spannend. Sollen wir noch mal ein Video für morgen machen? Das ganz Finale? Nein. Nee. Gut, das wird jetzt am laufenden Band hier gehen. Er fässt den Fuß falsch an, deswegen ist es schwerer. Er hat's aber geschafft. Er hat's gemacht. Dieser Schrei vor Wasser. Er hat's geschafft. Hier, so müsst ihr das anpassen, Leute. So hier. Der hat so angefasst. Aber so ist richtig. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Ich hab heute Wartenhut von der Tod kaputt gemacht. So, Nico. Nico, jetzt schieß'n tot. Er hat sicher irgendwas kaputt gemacht. Ja, los. Ich weiß nicht mehr. Schieß'n tot. Komm, mach jetzt den Special Trick, den Robin nicht kann. Irgendwas mit... Du musst irgendwo dran riechen und dann den Geruch erkennen und dann den Sprung machen oder so. Das kann Robin nicht. Hüsch. Wir machen den Schwimmer. Was ist denn Schwimmer? Achso. Guckt ihr sie an? Ist das dumm, Alter? Du Assi. Das war ein Spielerbauchklatscher. Mit Schwimmer. Elementen. Aber mit Schwimmer. Oh, Mann. Damit töte ich den heute noch. Du es! Voll in die Fresse, Alter. Oh, mein Auge. Der ging voll in die Fresse, Alter. Mein Auge, Alter. Weißt du, wie es sich anfühlt? Der guckt das Auge aus, natürlich. Ich sag's dir. Guck mal, ob's noch hart ist. Oh, warte mal. Du hast hier ne übelst hübsche Wirbelseile. Ich mach das mal ganz kurz drich rum. Was ist denn da mit, damit? Auch nischt. Es sind hier nur so ein bisschen. Ganz schön rot. Wir haben dabei vorhin bei dem Seemannsknapp und vom Boot drin. Oh, ne. Das mit der Stange da unten ist echt böse, Robin. Moment, Moment. Das ist tief genug. Nee, ich glaub ich mach das nicht. Mach's nicht. Du kommst mit der Hüfte auf die Stange. Ach, klar. Du willst das nicht machen. Nee, ich hab Angst um dein Wobbel. Ja, ja. Okay. Richtige Auerbach hatten wir ja. Nee, doch. Wir haben gesagt, man muss kein Auerbach mehr machen. Hast du vorhin gebracht? Was war das? Das war ne Fallschirm-Ei. Du musst jetzt auch so machen. Mit dem Ei. Ja. Ja. Naja. Eigentlich hab ich Panzerversuch da so groß. Was? Eigentlich wollte ich Panzer machen, aber auch egal. Ich hab die Drehung zu krass drin vom Salten. Das ist einfach unmöglich für mich einfach mal einen Köpper reinzuschauen. Ich hab noch einen geilen. Aber ich bin's doch nicht dran. Oder? Das war Panzer. Und A-T-Panzer. Ja, Nin-T-Panzer. Ja, Nin-T-Panzer. Ja, Nin-T-Panzer. Nin-T-Panzer sagt er. Was? Die unparteiische Jury sagt zwar Nin-T-Panzer. Halb so wild. War das ein Panzer? Das war kein Panzer. Alter, du musst doch nochmal machen. Nein, du hast wieder Potato gemacht. Nein. Doch. Dein Potato feste deine Beine so ab. Ja, aber das macht keinen Unterschied. Wenn du dann so ins Wasser kommst, du drast mit dem Kopf zuerst. Du musst parallel zum Wasser reinkommen. Das gibt Robin halt das scheiß S. Oder er macht nochmal. Er darf nochmal machen. Okay. Ich hab auch zwei Versuche. Du musst parallel. Du musst so ins Wasser kommen. Und nicht so. Nun gut. Nein, T-Panzer. Parallel ins Wasser. Parallel dazu? Der verkackt wieder. Ne? Ja, der war gut. Der war sehr schön sogar. So, der Mann. Ich ertrinkte. Ich ertrinkte. Ich ertrinkte. Ja, ja. 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 Footplant? Ja. Aber Köpper? Hm. Das war nix. Vielleicht Köpper eigentlich sagt, das heißt es war nix. Ja. Nix war's. Wer ist jetzt hier? Ich hab ihn ein paar K. Mal. Nico ist dran. Ich bin leicht daneben getreten. Du bist immer glatter als ich dachte. Oh, er ist ja schon. Das hab ich jetzt nicht gesehen. Ich hoffe, ich hatt's drauf. So ein Trefo einfach. Da bin ich jetzt sehr gespannt. Aber meiner schöner, oder? Alter, die Tricks werden immer anspruchsvoller hier. Ja, wieso fängt jetzt ein neues Video an? Ey, macht die Kamera automatisch neue Videos? Meiß ich? Anscheinend schon. Wieso? Ich bin wieder bei eins irgendwas. Ich reibe mich an dir. Ich hab da hier große Geschwälzer hin. Pass auf. Wir lassen das mit ihm. Ja, wollte ich grad sagen. Gut. Ne, mit dem Körper vielleicht nicht. Aber bitte. Das ist nicht zu platt. Ja. Ist auch so. Hätt hier von vorne noch ein sein. Moment. Halt die Frist. Ja, aber das muss ich jetzt mal empfassen. Nein! 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 Ey, fick dich. Ohne Scheiß. Da musst du ordentlich klammern. Nee, wie beim Boxsprung. Schick! Ey, das hat doch eigentlich nichts mehr mit Nass zu tun. Alter! Leute! Schreibt's in die Kommentare! Na ja, ey, ich bin kein Wasser dann. Nee, das Ding ist hier, du kennst mich. Ich rastet der Treffer ein. Ja! Er rastet ein. Ja! 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 Fick dich nicht! Ich hab Hocke gemacht. Er hat... Er hat Zug gemacht. Wie beim Springbok, hast du gesagt. Wie beim Sport. Nee, du hast nicht gesagt, wie es machen musst. Er hat nur vorgelegt. Er hat nicht gesagt, wie es machen musst. Ja. Ja, genau. Und jetzt lass doch mal das scheiß Gelände da. Mann! Das ist doch dumm! Hey Niko, jetzt hau ihn mal raus, oder dann? Okay, ich hau ihn raus, Leute. Hoch durch den Durchschnitt. Du heisst nicht Niko. Wie gehst du rein? Niklis. Der Nigel. Ey, ja, ich wollt grad sagen, den hatten wir schon. Oh, der ganze Sackschmerz. So, Leute. Es war's. Ich hau raus. Hier oben durch den Ring. Durch den Ring oben durch und dann wieder rein. Durch diesen Ring hier? Ja. Ja, jetzt feiert es mich schon. Was war das jetzt? 180 Salto. Keine Ahnung. Vorwärts Salto. Was macht das denn? 80 Vorwärts Salto. Gut. Ja. Genau. Ne, das war er 90. Der ist doch so ins Loch. Alter, dann warf ich noch mal. War aber 90 Salto. War. Dann warf ich noch mal. Kannst du mal machen. Dann warf ich noch mal. Hab schon gehört. Das war jetzt keiner. Das war jetzt keiner. Hä? Ich hab doch gesehen, wie er mit dem Kopf zuerst ins Wasser geredet hat. Hä? Leute? Na ne, ist okay. Der erste war schon besser. Hä? Der erste war schon. Ja. Deswegen, also er hat sich ja auch ganz besser gesehen. Okay. 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 Zweiten Versuch, aber dann bist du raus. Ey. Alter. Eigentlich bist du raus, gell. Titten, titten. Dreh ich hoch, Robin? Was? Titten, titten, titten. Der zweite, der hat gerade Übels am Fuß wehgetan. Richtig schön so BÄM vor die Wasserüberfahrt. Jetzt spielts nicht rum. Jetzt komm mal versuchen. Ja. Das ist ne Mann. Ja, ja. Ja, ja. Okay. Ja. Nico muss dem kleinen Scheißwanz n Euro geben. Nein, der Gewinner gibt dem Scheißwanz n Euro. Das mag ich nicht. Der ist eh weg, der Scheißwanz. Okay, Leute. Jetzt kann ich aber auch echt nicht mehr. Das war jetzt kein Media-Kraft-Format, aber ich hoffe... Es hat euch trotzdem gefallen. ...an den Penis anfassen. Klickt hier für das, klickt hier für das, klickt hier für das und da für das andere. Klickt überall drauf, abonniert alle unsere 150... Ey, kennt ihr diesen Sprungturm? Äh... Und diese Treppe? Und, äh, jo. Was machen wir jetzt, wenn wir klatschen das aus? Ja.